meinst du mpp flashpack lohnt sich vielen lieben dank christiano das war auf jeden fall die mit abstand heute dümmste nach die ich in meinem chat gesehen habe bruder die den gibt es nicht mal ich weiß nicht wie die karte ist ich weiß nicht was die karte kostet was soll ich dir zu so einer frage sagen nicht böse gemeint aber also ja ja was soll ich dazu sagen nix